ich meine also noch beschissener kann der da ja gar nicht stehen der sieht überall hin ich könnte versuchen ihn zu blenden weil dann sind die beiden ja auch noch da und er hier vielleicht doch mal auf die andere seite rüber wechseln weil es ja hier sind gleich vier auf einem hau auf und das sieht einfach noch schwieriger und ich habe die karte jetzt erstmal nicht mehr aber das ist ja egal alles oder nichts dauert nur eine sekunde dem sieger den jackpot das reicht nicht ja ja guck mal ob ich den einfach blenden kann alles klar also blenden geht bringt mir bloß nix weil ich nicht schnell genug hinkommen aber ich mache es einfach mal nochmal boah stellt euch doch zusammen ja dann mal los den sieger den jackpot ne er kommt nicht her er ist so ein arsch boah wie kann mir ein typ nur so auf den sack gehen drei dynamit ist nichts könnte auch einfach schießen aber das tötet ihn glaube ich nicht aber ich bin schon vollkommen durcheinander so du bist die richtige ätzert fass auf kinderspiel ich blende ihn jetzt und dann schieße ich ihn aber ab ja ja leichtes spiel weiter geht dann wollen wir mal der ist nicht gestorben ich fasse es ja nicht ja ich hab nicht nachgeladen die hat ja nur zwei schuss aber das könnte die einzige möglichkeit sein wie ich tatsächlich da rankommen ja 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 ok der ist tot leute der ist tot ja weil der tot ist schlau du gehst ich bleibe ich lock sie jetzt weg bevor ich jetzt wieder risky unterwegs bin weil der ist tot und nachladen so weg mit der waffe was auch immer alter aber er rennt jetzt nicht dahin dass er mich so sieht das wirst du noch bereut angekommen dauert nur eine sekunde angekommen noch ein ass im ärmel bin ich gut alter was los mit denen oh gott jetzt schickt er die nächsten weiter geht das ist doch nicht euer ernst ihr könnt doch nicht mir jetzt noch mehr auf dem hals setzen den sieger den jackpot ja und jetzt was für eine verschwindung äh ne das hat so jetzt ah mist so weit zurück wollte ich nicht ok ich habe ein problem dass ich da unten dann keine deckung mehr habe das bedeutet jeder einzelne der da runter kommt ist eine große große gefahr aber geht ja fast nicht anders da nicht wahr na dann mal los so dem sieger den jackpot die zeit drängt noch nicht safe kann immer noch einer runter laufen jetzt oder nie der da zum beispiel warum auch immer er das machen muss so da kommt noch einer ja ficker blöder das waren zwei patrouillen gänger ja bä 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 jetzt ist mir egal weil egal was jetzt passiert ich muss entweder das level in neu starten oder die da drüben haben das natürlich auch gehört aber die unternehmen nichts hoffe ich für sie weg macht er das sieht er sich um ne alles klar es sieht so aus als ob ich es geschafft hätte und er scheint dann auch nichts mehr zu machen die musik ist das nervt mit die ständigen alarmbereitschaft das regt mich voll auf aber es passiert wohl nichts und ihr zwei da aber ich kriege jetzt nicht weg oder weil die dahin gucken ok die beiden mache ich jetzt auch eine altbewährte aus dem indianischen volk übernommene kriegertaktik kaputt was das ist doch nicht dein ernst wie kann denn der die karte sehen boah leute kommt denn der hermann ist der jetzt die ganze karte darüber gelaufen oder was spinnt der sieht er den er sieht ihn kaputt mir scheißegal und wenn ich mich durch dieses ganze beschissene level schießt und die schnell hinlegen geht ja fast nicht anders da mal ganz ehrlich ey keine wahrsein habe ich jetzt dann endlich mal meine ruhe okay der schickt jetzt bestimmt wieder jemanden weg wollen wir wetten oder ist er jetzt endlich mal was mit dir jetzt guckst du nur da hin ok alles klar nein 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 das machen wir jetzt nicht noch mal so der muss jetzt sterben so mit tot und so tja und jetzt was für eine verschwindung alles klar das wars den tragen wir mal weg vorwärts leichte spiel sehr gut ja es geht doch wo ist sie denn jetzt ah da tja und jetzt herz dame gewinnt sie hat ihre karte wieder und damit stehe ich jetzt wieder so da wie sonst bloß besser gut die gruppe ist auch nicht einfach liegt aber an den beiden muss ich bloß gucken ob ich nicht einer von beiden guckt weiter das ist er ihn wegbekommen speichern und pause fuh 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 Ah. Weiterspielen! Du bist jetzt meine kleine Hoffnung hier. Mein Blümchen! Komm her! Ist natürlich sehr blöd für dich, dass du auf mich zukommst. Denn das bedeutet für dich den sicheren Tod. Alles klärchen! Impopertien! Du bist wieder da runter. Du legst den irgendwo hier ab. Und einer weniger. Ablegen! 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 Nein, dann halt nicht! Alles klar! Du gehst hier irgendwo hin. Mach mal gleich mal so weiter mit dem Nächsten, der da rumsteht. Und zwar er hier. Dauert nur eine Sekunde. Aber ich schätze mal, dass das wieder so einer ist. Noch ein Ass im Ärmel? Der sich da nicht aus seinem Loch raus bewegen wird. Alles oder nichts? Wetten? Oh la la, Signorina! Oh der kommt echt her! Alles klar! Also ich habe gesehen, er kommt her, aber ich muss weg gehen. Oder? Das sieht da sonst jemand. Ich bin mir nicht sicher, ob ich der da könnte sehen, der da gerade lang gegangen ist. Alles klar! Also er bewegt sich zu mir hin. Leichtes Spiel! Boah, was ist denn los mit dem? Sieht der mich? Nein! Fett, Vorgeux! Oh la la, Signorina! Ja, ja! Oh! 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 Und... Genug getrödelt! Jetzt oder nie! Noch jemand ohne? Alles gut! Alles klar! Und wunderbar! Weiter geht's! Ja, und jetzt? Ablegen sollst du ihn jetzt. Speichern. Und ich nähere mich ja schon dem ersten oberen Ende. Ist ja schon mal super. Das ist der, der da nach unten geht, oder? Kriege ich den da auch rausgelockt? Na dann mal los! Na, noch ein Ass im Ärmel? Komm schon, komm schon! Oh la la, Signorina! Oh la la, Signorina! Okay, der kommt auch auf mich zu. Jetzt stichst du ihn ab, mein Freund! Weiter geht's! Der nächste bitte! Und weg! Ah! Jetzt auf einmal, gell? Jetzt auf einmal funktioniert wieder alles! Wenn man mal die ein, zwei Vollidioten weg hat, die es ganz schwierig machen, geht's dann ein Stückchen wieder normal und gut weiter. Okay. Und nun? So. Checkt es jemand, dass der weg ist? Scheint jetzt nicht so, oder? Was ist mit dir? Du bewegst dich sehr schnell. Der hat eine Gatlin, das ist gefährlich. Aber okay. Was sind denn da so für Gegenstände? Sniper und TNT. Okay, TNT ist für unten. Da ist auch eine Gatlin drin, glaube ich. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Egal. Was ist mit dir? Du schaust irgendwo hin. Was ist mit dem da? Okay, aber ich glaube, wenn ich mich hinlege, sieht der mich nicht. Und du? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Warum ist da schon wieder so eine Musik? Weiß keiner. Okay. John, komm du mal her. Okay. Hey. Ich versuch mich jetzt an dem da. Na mal sehen. Mit einer ganz, ganz ohrreinigen Taktik. Und zwar, indem ich da liegend hingehe und ihn abschmeiß, wenn er nicht hinschaut. Das klingt ganz banal und blöd, aber es könnte wirklich funktionieren. Jetzt oder nie. Dunkel heißt eigentlich, dass er mich nicht sehen dürfte, wenn ich... Richtig. Wenn ich liege. Dann wollen wir mal. So. Muss ich nur noch einen Moment abwarten, wo der da oben weg ist und der da unten nicht hinschaut. Geh weg. Hund. Geh weg. Verarscht der mich? Ist eh egal. Der schaut sowieso nicht her. Okay. Ja, schrei noch lauter. Euer Hopfenbub. So. Der hat das gehört, aber er hat halt jetzt nicht reagiert. Zeig mein Messer nicht. Das heißt. Ja und jetzt? Jetzt brauche ich die Kate. In der Hoffnung, dass sie ihn verführen kann. Na, noch ein Ass im Ärmel? Und wenn das gelingt, dann ist der weg und dann habe ich hier schon fast alles freigeräumt. Na, noch ein Ass im Ärmel? Was natürlich mega super wäre. Der beruhigt sich langsam. Dem Sieger den Jackpot. Ich muss mir gerade verkneifen, um es auf Speichern zu drücken. Aber das wäre jetzt dumm. Ja, ja. Caramba, Signorina. Na dann mal los. Na dann mal los. Na dann mal los. Der hat den nicht gesehen. Der hat den nicht gesehen. Und warum? Weil ich mega schlau vorgegangen bin. Du willst. Weiter, komm. Mach keinen Humbug jetzt. Alles klar. Den weg. Okay. Angekommen. So. Mit dem da. Mit dem stimmt was nicht. Der rennt. Ich glaube der rennt weg. Oder irgendwas macht der. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Da war irgendwas. Aber das lässt sich glaube ich auch nicht verhindern. Also ist sowieso wurscht. Ein anderes Thema sind die Herren hier. Die ich noch irgendwie wegbekommen muss. Beeilung. Hab ich gespeichert? Jetzt schon. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. So. Schauen wir mal wie mir da vor. Jetzt. Bist du des Wahnsinns du Spacken. Na mal sehen. Wie weit guckt denn der? Okay. Was dahin geht. Jetzt guckt er weg. So. Kann ich ihn jetzt einfach abschmeißen. Beeilung. Und extra. Das. Haut ihn um. Und dann kommt er. Weiter geht's.